Wenn du nicht von unerwarteten Regenschauern überrascht werden willst, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Regenmessern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Netatmo Regenmesser. Stell dir vor, du könntest über dein Smartphone in Echtzeit auf die gemessene Regenmenge zugreifen. Keine Überraschungen mehr, keine nassen Überraschungen auf deinem Weg zur Arbeit oder wenn du draußen unterwegs bist. Mit diesem kleinen Helfer hast du die Kontrolle über die Wetterbedingungen direkt in deiner Hand. Aber das ist noch nicht alles. Du kannst auch deine Messdaten anschauen, um die Regenentwicklung im Zeitverlauf zu verfolgen. Das gibt dir eine bessere Vorstellung davon, wie das Wetter sich entwickelt und was du erwarten kannst. Und das Beste daran? Du kannst dich über dein Smartphone informieren lassen, sobald es anfängt zu regnen. Das ist wirklich praktisch, denn so kannst du rechtzeitig reagieren und dich auf die Niederschlagsverhältnisse einstellen. Der Netatmo Regenmesser erleichtert dir den Alltag, indem er dir die Informationen liefert, die du brauchst, um besser vorbereitet zu sein. Du kannst ihn ganz einfach im Außenbereich installieren, bis zu 100 Meter entfernt von deinem Innenmodul der smarten Wetterstation. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den smarten Regenmesser auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das TFA Dostmann Weatherhub Starter Set. Die Installation dieses Sets ist ein Kinderspiel und du kannst bis zu 50 Sender anschließen. Sowohl drinnen als auch draußen. Stell dir vor, du kannst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen deines Hauses oder sogar in deinem Garten im Auge behalten. Alles auf einen Blick in deiner App. Und lass mich dir sagen, die Features dieser App sind einfach fantastisch. Du kannst Alarmgrenzen einstellen, so dass du benachrichtigt wirst, wenn die Bedingungen außerhalb deiner gewünschten Reichweite liegen. Grafiken und Übersichten helfen dir dabei, Trends im Raumklima zu erkennen und besser zu verstehen, wie sich die Bedingungen im Laufe der Zeit ändern. Das TFA Dostmann Weatherhub Starter Set ist nicht nur ein Gadget, es ist ein Werkzeug, das dir helfen kann, ein gesünderes und angenehmeres Raumklima zu schaffen, egal wo du bist. Und die Qualität spricht für sich. Du wirst feststellen, dass dieses Set zuverlässig und präzise ist, Tag für Tag. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die EcoWit Witboy Wetterstation, vorstellen. Der kabellose Außensensor ist echt ein Alleskönner. Er erfasst nicht nur die üblichen Daten, sondern bietet auch eine Nordausrichtungsanzeige und ein LED-Display, das die Informationen auf einen Blick zugänglich macht. Und keine Sorge, die Installation ist ein Kinderspiel. Mit einem festen Bolzen kannst du sie ganz einfach an einer Stange befestigen. Jetzt kommt der Clou, der 3-in-1 Wired Wireless Gateway Hub. Dieser kleine Alleskönner bietet nicht nur verschiedene Wi-Fi-Konfigurationsmethoden, sondern auch die Möglichkeit zur Verbindung mit Weather Underground oder Weather Cloud. Das bedeutet, du kannst deine lokalen Wetterdaten speichern, analysieren und mit anderen teilen. Ganz nach deinen Bedürfnissen. Aber das Beste kommt noch. Die Qualität und Zuverlässigkeit von EcoWit. Diese Marke ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte, die auf neuesten Technologien basieren. Mit der EcoWitWitBoy Wetterstation bekommst du also nicht nur ein praktisches Gadget, sondern auch ein Stück Technologie, auf das du dich verlassen kannst. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen smarten Regenmesser.